Es ist 36.88 Sekunden, das ist ein New Job Mark, the second of the tournament for tennis. Und der Dressur-Sieger vom Donnerstag, Madeleine Boutin aus der französischen Mannschaft, startet in den Marathon. Hat das erste Hindernis absolviert von Grimo B mit 39,99 Minuspunkten. Und der Dressur-Sieger vom Donnerstag hier bei den drei Spenderferden im internationalen Top-Class-Round. 48,75 Sekunden bringt er so gerade eben heraus aus den ersten Hindernis. Repreventing France, von dem Team Tripp-Couleur, Frank Grimo B, the first obstacle in 48,57 seconds. Und der Dressur-Sieger vom Donnerstag, der Dressur-Sieger vom Donnerstag, in 48,57 Sekunden.